Moinsen! Wir schauen uns heute in der zweiten Folge von Minecraft erklärt für Anfänger an, welches das beste Nahrungsmittel ist. Und natürlich geht's auch sofort los! Vorweg, heute soll es nur um Nahrungsmittel gehen, die wir auch anpflanzen können. Also keine Schweine, keine Rinder, keine Schafe und so weiter. Die kriegen nochmal eine gesonderte Folge. Das erste Nahrungsmittel haben wir auch schon hier bei uns in der Kiste. Geht eigentlich ganz, ganz easy. Das sind hier die Samen. Daraus können wir dann Weizen machen, den wir anpflanzen. So, lass mal rein. Das Haus müsst ihr übrigens auch nochmal überarbeiten. Wie kriegen wir diese Samen? Ist ganz, ganz easy. Überall hier sind diese Büsche, da kommt jetzt nichts raus. Aber gerade am Anfang, wenn man einen Platz sucht, den man schön findet, oder den man schön findet, wo man bauen möchte, dann kann man unterwegs hier immer so die ganzen Büsche weghauen und da kommen dann immer Samen raus. Am besten legt man sich das Ganze hier so in die Leiste und hat die in der Hand. Dann sieht man nämlich immer, wenn man welche rauskriegt, so, ganz, ganz easy. Rennen wir mal ein bisschen rum und hauen hier die ganzen Büsche weg, einfach um zu gucken, ob wir noch ein paar Samen rauskriegen. Und siehe da, guck mal, jetzt haben wir schon zwei in der Leiste. Das heißt, wir könnten das jetzt zweimal anpflanzen. Es gibt natürlich auch noch andere Sachen, wie Karotten, Kartoffeln, rote Beete und was ich sonst noch so alles vergesse. Die kann man sich auch holen. Am besten in Dörfern kann man sich die mobsen. Da werden wir jetzt auch mal hingehen. Da hinten ist ein Dorf, da sehen wir schon einen Pillager-Turm. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich habe keine Lust, mich mit denen anzulegen. Aber da werden wir jetzt mal hinreisen und gucken, dass wir den Dorfbewohnern ein bisschen was mobsen können. So, dass wir schnell an gute, gute Lebensmittel kommen hier, mit denen wir uns dann ernähren können. Weil, das ist so mit das größte Problem nach Tag 1, wenn du dein Haus gebaut hast. Erstmal müssen wir was zu essen bekommen. Jetzt haben wir schon drei Samen. Wunderbar. Es ist auch nicht so weit, da hinten das Dorf. Passt alles vom Weg her. So. Wir gucken mal, wie viele wir hier kriegen. Vier. Haben dann jetzt schon insgesamt sieben Samen eingesammelt, bis sie hier beim Dorf sind. Können wir mal gucken, was die Leute hier machen. Wir holen mal lieber das Schwert raus. Ich muss schon sagen, mit RTX sieht das ganz schick aus. Generell kann man, wenn man möchte, guckt, die haben auch schon einen Räucherofen, kann man hier sehr, sehr viele Sachen sich mobsen. Die haben Karotten, die sind super. Rote Beete haben sie auch. Das heißt, guck mal, wir müssen hier nicht alles rausnehmen, ihn klauen. Wir nehmen jetzt mal die Türen hier. So ein bisschen klauen wir ihn. Schauen wir mal so. Dann nehmen wir hier noch ein paar Karotten. So, zwischendurch geht dann auch noch das Spiel aus. Aber weiter geht's. Gott sei Dank fangen wir mal wieder da an, wo wir aufgehört haben. Wir sehen schon, rote Beete, Karotten, hatten wir ja gerade schon gesagt. Gucken noch mal, was wir hier sonst noch so mitnehmen können, was man vielleicht für den Anfang brauchen kann. Wer das nicht möchte, der muss halt gucken, wo er die sonst noch so herkriegt. So, ab und zu droppen Zombies zum Beispiel, Karotten. Hier haben wir noch Weizen, den können wir mitnehmen. Hier haben wir Kartoffeln, können wir die mitnehmen. Sind die fertig. So, nehmen wir noch ein paar Kartoffeln mit. Weil irgendwie ist es hier ziemlich leer. Ich schätze mal, die Pillager haben da gewünscht. Guck, da ist direkt der Pillager-Turm. So, hier ist Weizen. Nehmen wir den auch mit. Da haben wir schon mal ein bisschen mehr. Da können wir direkt gucken. Das ist ein Komposter. Den lassen wir jetzt mal da stehen. Den können wir uns selber bauen später. Da ist noch ein Baum. Wir können uns direkt ein bisschen Holz mitnehmen. Wuppdiwupp, weil wir wollen noch einen Zaun um unser Feld dann bauen. So, dass da keiner drin rumläuft. Das ist immer ganz praktisch. Nicht, dass da dann Zombies drin rum büten. Finde ich persönlich immer blöd. Und es sieht auch viel, viel schöner aus dann. So, den können wir auch noch mitnehmen. Wupp, schwupp, schwupp. Es gibt auch noch Melonen und Kürbisse. Die haben wir jetzt leider hier nicht gefunden. Müssen wir mal gucken, wann wir die finden oder wo wir die finden. Da findest du Samen gerne in Minen, in Kisten und so weiter. Die sind auch ganz praktisch. So. Hupp, schwupp, schwupp. Darum kümmern wir uns dann, wenn wir die Samen gefunden haben. So rum. Bing, bing, bing. Es bringt ja jetzt nichts, hier irgendwo schon in der Mine rumzulaufen und keine Rüstung zu haben. Nur ein Steinschwert. Ein Steinschwert haben wir. Okay, das ist gut. Das reicht auch erstmal. Jetzt gehen wir schon wieder zurück zu unserem Haus. Und da können wir dann in Ruhe unser Feld anlegen. So, das ist auch schon wieder zu Hause. Jetzt müssen wir natürlich noch ein kleines Feld anlegen. Dazu brauchen wir Wasser. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, weil wir schon 5 Eisen haben, dass wir uns einen Eimer machen können. Den machen wir jetzt auch mal gerade. Das machen wir ganz einfach. So, in V-Form, 3 Eisen. Schon haben wir einen Eimer. Den brauchen wir. Und was wir noch dazu brauchen, ist eine Hake. Da gehen wir mal hier hin so ein bisschen. Weil wir brauchen Sticks. Obwohl, haben wir das noch. Dann passt das. So, machen jetzt hier 2 hin. Haben eine Hake. Steinhake gibt es nicht. Okay. Dann machen wir das doch aus Eisen. So, guck. Auch Edel lernt immer dazu. Dann haben wir hier eine Eisenhacke. Damit machen wir Felder. So. Wer das noch nicht hustet, weiß es jetzt. Dann gehen wir hin. Rechts klick. Machen wir so Felder. Aber wenn wir das jetzt einfach so hier machen, dann trocknen die aus und werden wieder zu normalem Rasen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir machen hier mal ein bisschen Platz. Wir holen uns jetzt mal einen Eimer mit Wasser. Übrigens, wer noch kein Eisen hat, um sich einen Eimer zu machen, der kann auch einfach hier am Rand des Wassers mit der Hake hingehen und dort dann halt die Felder machen. Das geht auch. Ist ganz, ganz einfach für den Anfang. So, dass du dann dort deine Sachen anpflanzen kannst, bis du genug Eisen für den Eimer hast. Wir gehen mal schnell schlafen. Dann können wir nämlich in Ruhe weitermachen. Und vermeiden direkt Phantome. Die wollen wir ja auch nicht. So. Wunderbar. Fangen wir mal an. Guck, das will noch nicht vertrocknen hier. Ist aber auch nicht schlimm, ja. Ist aber auch nicht schlimm. Wir können es wieder kaputt machen. Jetzt ist es weg. Gleich wird es wieder grün. So. Wo gehen wir jetzt hin? Wir machen jetzt erstmal natürlich eine Reihe hier weg, ja. So. 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 Übrigens, noch ein kleiner Nachtrag zu den Kürbissen. Kann man natürlich nicht nur in Minen finden, sondern auch draußen in der richtigen Welt stehen die auch öfters rum. Melonen, muss ich jetzt sagen, habe ich eher weniger gefunden. Aber gibt es bestimmt auch, ja. Und jetzt gehen wir hin, machen hier einmal Wasser hin. So. Wow, das war aber ein Leck, du. Holen uns noch einen zweiten, damit wir dann eine unendliche Wasserquelle haben. Und nicht immer hier zum Meer laufen müssen. So. Sehr gut. Einmal hier rein. Jetzt haben wir unsere unendliche Wasserquelle. Und jetzt gucken wir mal. Eins, das müsste jetzt dunkler werden, weil es dann bewässert wird. Zwei, drei, vier. Vier Blöcke in jede Richtung. Also hierhin auch. Eins, zwei, drei, vier. Vier Blöcke in jede Richtung. Tut das Wasser hier die Felder bewässern. Wenn ich einen fünften mache, trocknet der aus und wird wieder zu normalem Rasen. Wie hier hinten. Man sieht es, ne. Dauert nur noch ein bisschen, weil wir die Tixpied halt auf normal haben. Hier sieht man es schon schön. Guck, hier ist dunkler geworden. Da wurde es bewässert. Das heißt, dort können wir dann jetzt gleich was anpflanzen. Wir machen das Ganze aber noch ein bisschen länger hier. Fragen wir mal so. Warum haben wir da jetzt zwei tief gemacht oder drei tief? Ede wieder. Die Ede-Logik. Wir können das ja später noch erweitern, soweit wie wir wollen. So, wir machen das mal dazu. Wir sehen schon, Wasser läuft acht weit. Ich muss mich hier echt umgewöhnen, weil ich das noch nie mit RTX gespielt habe. Was voll komisch aussieht. Ich kann das Wasser überhaupt nicht unterscheiden hier. So, da rein. Kann es sein, dass das ein bisschen ruckelt und lägt? Kann das sein? Vom Wasser her? Naja, wir lassen das jetzt mal so lang, ja? Das heißt, wir machen das jetzt hier so auf der Höhe. Können wir das wunderbar. Den bitte nicht. Übrigens, wer die wieder weg haben möchte, einfach drauf rumspringen. Dann gehen sie kaputt, ja? So, bis hierhin. Ich meine, das leckt ein bisschen. Aber im Moment ist ja in Ordnung. Wir haben relativ Ruhe hier. Wir wollen dann nur ein kleines Feld bauen. So, jetzt wird das hier schon überall dunkel. Feucht, die Erde, wie man sieht. Da können wir gleich wunderbar was dran anpflanzen. So. Hier lang noch. Hier zwei lang. Da müssen wir gleich noch ein bisschen mehr Platz machen. So. Und jetzt könnten wir eigentlich schon mal anfangen, unser Häuschen hier ein bisschen schöner zu machen. Beziehungsweise schon mal drumrum ein bisschen schöner zu machen. Das Haus selber. Das da reißen wir, glaube ich, wieder ab, wenn wir dann unser erstes richtig schönes Haus gebaut haben. So, und jetzt müssen wir gucken. Jetzt haben wir hier. Ey. Eins, zwei, drei, vier. Ach, guck mal. Wir haben sogar einen zu viel gemacht hier. Siehste mal, wie schnell das geht. Jetzt sieht man aber schön hier, die gehen alle wieder kaputt, ne? Weil kein Wasser da. Zu weit vom Wasser weg. Deswegen gehen die wieder weg. So dumm ist Ehe. Hat er direkt den einen, den er extra gemacht hat. Oh, hallo Schweini. Hallo Schweini. So. Jetzt können wir gucken. Wir haben rote Beete. So, die brauchen wir im Moment nicht. Wir haben Samen. Wir haben Karotten. Wir haben Kartoffeln. All das können wir hier einpflanzen. Aber bitte keine rote Beete, sondern rote Beete Samen. Gucken wir mal. Dann machen wir mal eine Reihe rote Beete Samen hier. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir mal eine Reihe Weizen. Eins, zwei, drei, vier. Auf der anderen Seite können wir das ja genauso machen. Hier. Und jetzt sehen wir schon. Guck mal hier. Schweinchen lieben Karotten. Damit können wir dann die Schweinchen anlocken. Aber Schweinchen geht jetzt nicht. Hau ab. Wir müssen hier arbeiten. So. Hier mal wieder Karotten. Da dann wieder Kartoffeln. Das Schweinchen läuft uns immer hinterher. Hallo. Gehst du jetzt mal weg? Na, Kartoffeln frisst es auch. Guck mal schnell weg. Ups. So. Schön. Das kommt davon, wenn man in jedes Feld rumstapft. So. So schöne Sachen hier. Nach und nach wird jetzt auch alles feucht, wie man sieht. Hier machen wir mal nur Weizen rein. Zwei rein. So. Glanz mal all das an, wovon wir genug haben. Karotten, Weizen. Immer schön so abwechselnd. Und die eine Reihe hier, die lassen wir frei, weil wir haben noch nicht genug. Wir könnten jetzt auch hingehen. Karotten kann man, glaube ich, so essen. Wir brauchen nur gerade kein Essen, weil unsere Keulchen ja voll sind. Das wissen wir noch vom letzten Mal. Wir könnten jetzt hingehen. Wir haben 18 Andesit. Den wollen wir nicht. Wir machen jetzt hier raus mal Holz. So. Und dann gehen wir schon mal hin und machen uns einen kleinen Zaun dafür. Wo ist das dunkel hier drin? Hier muss ich mich immer umgewöhnen. So, machen wir mal ein paar Sticks. Gucken, wie viele wir hinkriegen. 52. Jetzt können wir hingehen und uns hier ein Eichenzauntor machen. Auch hier siehst du wieder wunderbar. Dank unserem Buch hier das Rezept. Ein Tor. Und dann jede Menge hiervon. So, gucken wir mal, wie viele wir zusammen kriegen. 40, 50, 60 kriegen wir zusammen. So. Wunderbar. Übrigens, das Essen hier, das kannst du einfach in die Truhen packen. Das vergammelt nicht. Sehr, sehr praktisch. So. Gucken wir mal. Jetzt würde ich hier hingehen. Wir lassen hier mal eine Reihe frei. Ich möchte hier noch Steine vormachen. Das heißt, so ein Steinweg. Das heißt, wir machen jetzt mal hier das Tor hin. Machen hier unseren Zaun drumherum. So, dass das alles geschützt wird. So, dass da keine Zombies drin sind und so weiter. Hier wichtig, sowas bitte nicht machen. Ja. Wir müssen hier die dann noch wegmachen. Weil sonst können die ja trotzdem alle da reinlaufen. Dann hüpfen die hier rüber da rein. Das wollen wir natürlich nicht. Denen lieber auch noch weg. So, dass wir ganz sicher sind. Stupp. Weil die Zäune sind ja anderthalb hoch. Da kommt keiner drüber. So. Wunderbar. Und schon haben wir einen kleinen schicken Zaun um unser Feld drumherum. Wo wir jetzt unsere Nahrung anbauen. Und keine Viecher kommen da rein. Und vor allen Dingen keine Zombies. Ja. Wir können jetzt noch hingehen und uns hier mit den Sticks und der Kohle, die wir noch haben, ein paar Fackeln machen. Die brauchen wir sowieso später, wenn wir in die Höhle gehen. Ich gehe jetzt immer hin hier so. Was machst du denn da? Hier hin. Hier hin. Immer überall ein paar Fackeln. Dass es relativ hell ist und ausgeleuchtet. So, dass hier drin nichts spawnt. Weil wir wollen ja nicht, dass hier drin was spawnt. Das wäre doof. Ja, da stehen sie gut, die Fackeln. Da stehen sie gut, da hinten auf der Erde. So, müssen wir uns gleich noch ändern. Eine hier. Dann noch eine hier. Und jetzt haben wir unser Tor hier. Und können wieder raus. So. Die Fackeln noch einsammeln. Flup, flup. Wie gesagt, wir können jetzt nochmal rüber gehen. Dann zeige ich dir nochmal, wie man das hier hinten machen kann. Hier ist jetzt leider überall Sand. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo hier am Rand was finden. Sonst nehmen wir uns gerade ein paar Blöcke hier. Und tun das mal abändern. Machen wir das mal gerade. Ja. So. Hier hin, hier hin. Das können wir jetzt auch noch machen. Wie gesagt, wenn du noch keinen Eisen für den Eimer hast, können wir jetzt einfach hingehen. Und hier so ein bisschen machen. Am Meer. Das reicht auch. Äh. So. Nehmen wir jetzt unsere Hake. Hier funktioniert das ganz genau so. Man muss halt nur aufpassen. Ab und zu sind die Kollegen da. Die einem hier ans Leder wollen. Ey du. Wie sieht es hier aus? Richtig schön. Das ist so toll. Das ist so toll. Unser kleiner Teich hier. Da können wir auch noch irgendwas Schönes reinmachen. Man sieht es. Auch hier werden sie feucht. Unsere Felder. Sodass sie bewässert sind. Hier könnten wir jetzt wieder hingehen. Und dann die rote Beete anpflanzen. Eins. Zwei. Drei. Was haben wir noch übrig? Wir haben noch fünf Karotten. Die könnten wir hier hin tun. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und vielleicht. Eine Kartoffel. So. Dann sind wir die auch schon wieder los. Ne? Die Sachen können alle hier rein. Hallo Schafi. Packen wir wieder in die Kiste. Wir brauchen bald eine zweite. Da könnten wir eigentlich auch mal direkt eine machen. Rein da. Alles was wir nicht brauchen. Das Fleisch könnten wir mal brutzeln. Da haben wir sogar schon eins gebrutzelt. Sehr gut. So. Wunderbar. Dann könnten wir uns schon fast für die erste Hüllentour vorbereiten. Was heißt fast? Das machen wir jetzt auch mal. Kürbislaterne. Haben wir leider noch nicht. Die Kürbisse. So. Was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Lass gerade überlegen. Den Zaun da. Der muss auch da rein. So. Und das Holz brauchen wir. Aber das reicht nicht mehr, ne? Für eine Kiste. Ne. Wir brauchen noch was Holz. Wupp schwupp. Und dann. Oh ist der groß. Ne. Nicht den ganz großen. Nicht den ganz großen. Wir nehmen mal hier den kleinen. So. Dann tun wir doch schon mal unsere Truhe erweitern. Weil die eine ist ein bisschen klein. Sehr schön. Sehr schön. Übrigens. Was ich vergessen habe. Wenn du noch Ideen hast. Was unbedingt hier rein muss. Oder worüber wir eine Folge machen sollen. Bei Minecraft erklärt. Schreibt es in die Kommentare. Natürlich immer, immer gerne. Ja. Immer, immer gerne. So. Wupp schwupp schwupp. Da haben wir jetzt genug. Und guck mal. Die Sonne geht bald wieder unter. Und es ist schon wieder ein Tag vorbei. So schnell geht das. So schnell. So. Gehen wir hier hin. Machen uns gerade Holz. Wupp. Machen noch eine Kiste. Eine reicht erstmal. Dann haben wir hier zwei. Mit Shift daneben. Und es wird eine große. Jetzt haben wir hier mehr Platz. Dann kann auch der Andesid noch da rein. Die Eisenhacke können wir auch erstmal da reinlegen. Das Kupfer könnten wir eigentlich mal brützeln. Auch wenn wir sie im Moment nicht brauchen. Aber was wir haben, haben wir. So. Und dann könnten wir uns, wie gesagt, jetzt schon mal vorbereiten. Wo ist das Holz bei uns im Inventar? Das heißt. Wir machen hier mal den. So ein paar Stickys. Das machen wir. 24 Stück. Dann gehen wir hin. Wir haben im Moment nur den einen Ofen. Dann holen wir mal das hier gerade raus, bitte. Nehmen wir mal hier die Hälfte und packen das rein. So. Den und den. Nicht besoffen. Er will nicht mehr. Egal. Hey, wo ist hier? Jetzt geht's wieder. Okay. So. Haben jetzt ein paar Stickys. Damit machen wir hier mit dem Bruchstein uns schon mal ein paar Spitzhacken mehr. Sagen wir mal noch drei Stück. So, dass wir dann Spitzhacken haben, wenn wir in die Höhle gehen. Um dort dann ein paar Ressourcen zu sammeln. Da gibt's ja jede Menge, ne? Kohle, Kupfer, Eisen vor allem. Erstmal ganz wichtig. Gold gibt's. Tiefer noch Lapislazuli, Redstone und so weiter und so fort. Aber dafür brauchen wir Fackeln. Die machen wir dann, wenn wir uns hier was Holzkohle gemacht haben. Machen wir mal Türen zu. Es wird dunkel. Wow. So. Auch lustig hier. So, es wird dunkel. Wir brauchen Fackeln und die Spitzhacken haben wir uns gerade schon gemacht. Und damit werden wir uns dann in der nächsten Folge beschäftigen. Wenn's dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls es noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glock aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge, Minecraft erklärt. Euer Edel. Ich sag wie immer, ich sag wie immer, ich sag wie immer,